So, hallo liebe Freunde, ja und herzlich willkommen zu Let's Play Halo 3 Part 6. Ja, ähm, die Mission lautet die Arche. Ähm, die Menschen und die Eliten konnten die Flut auf dem Planeten Erde zurückdrängen. Und, ähm, wir haben jetzt Cortana durch Zufall wiedergefunden und verfolgen jetzt den Propheten der Wahrheit und seine Truppen durch das Portal, ähm, in Richtung Arche. Ja, auch die, genannt die Installation Null und müssen verhindern, dass er, ja, das gesamte Universum zerstört, indem er die Halo-Ringe aktiviert. Jo, und ich würde jetzt einfach mal sagen, wir fangen jetzt einfach mal an, ne? Und ja, zwei, eins und Null, los geht's! Puh, ein sehr geiles Level, muss ich sagen. Es macht richtig Spaß, allein von der Map her. Und los geht's! Ja, ihr seht hier die Armee der Eliten, die Flotte der Eliten. Und, ähm, ja, da kommt die Allianz und jetzt stoßen sie aufeinander. Und im Hintergrund die Installation Null, auch genannt Arche. Brut-Schiffe, gestattete Linie! Schiffsmeister, sie sind uns drei zu eins überlegen! Dann ist der Kampf fair. Alle Kreuzer, Feuer frei! Verbrennt ihnen die Haut! Das Prophetenschiff greift nicht mit an. Er muss gelandet sein. Roger, Ma'am, wir sind dran. Tür eintreten. Tür eintreten. Tür eintreten. Tür eintreten. Tür eintreten. Tür und darunter. Tür und da, Herr. Willa. Tür und da, Herr. Die Bühne ist ein bisschen angesengt, Sergeant Major, aber sie wird durchhalten. Gut, öffnen Sie die Luft. Ja, ihr seht schon, es ist eine riesige Wüstenebene, Wüstenlandschaft. Was für ein Anblick. Genießt es, solange es geht, Marines. Sobald wir gelandet sind, geht es wieder runter. Oberste Priorität, eine Landenzone für die Frikanten des Kommanders sichern. Aber behaltet Augen und Ohren offen. Wir brauchen alle greifbaren Infos, nur wie wir eigentlich sind. Achtung, Marines. Los, los, los. Ja, Installation 0, ein sehr passender Name für den Abschnitt. Willkommen auf Tatooine. Ich glaube, so hieß der Wüstenplanet in Star Wars, oder? Wo der gute alte Luke Skywalker herkommt. Labern sie mir wieder ins Wort, unverschämt. Ja, wir sind mit einer coolen Truppe unterwegs, die ODSTs und ein paar Marines. Und treten der Allianz jetzt in den Arzt. Arzt. In den Arsch. Kann ich mal durch. Ja, ich suche auch eine jetzt. Wenn du mich durchlassen würdest. So. Alles klar. Meine Fresse. Was ist denn? Kommt so vor, als wäre da was im Weg. Naja. Okay. Und jetzt bist du dran. Und. Schiss. Schiss. Dich kriege ich auch noch. Schiss. Das hat schon mal gesessen, aber ordentlich. Dich kriege ich. Wo bist du? Nummer zwei. Lohnt sich dann noch? Ne, da lohnt sich eine Granate. Das hat gesessen. Eine zweite? Ne, keine zweite. Und tschüss. Verdammt. Einer noch. Und da ist. Ha. Die dritte. Die dritte. Äh. Sonst was. Die dritte Gegnerart. Obwohl es ja drei Boots waren. Deswegen. Das macht das auch keinen Sinn. So. Äh. Jetzt genug hier. Scheiße. Geschwaffelt. Na. Da war mal wieder die Sanji-Stimme. Ja. Also ich. Finde das Kapitel sehr geil. So Leute. Ich hab jetzt noch mal was zu sagen. Ähm. Ich wollte mich erst einmal bedanken. Für. Ja. Eure Treue. Ich habe mittlerweile 44 Abonnenten. Und. Ähm. Ich find's echt klasse. Ich bin jetzt so gesehen seit einem Monat dabei. Eigentlich. Ja. Eigentlich sind es zwei Monate. Aber. Ähm. 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 Das hat Spaß gemacht bis jetzt. Ähm. 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 Ist schon noch einen Hoffnungsschimmer inne wenn ihr versteht ja. So. Dich krieg ich noch. Dich krieg ich. Und schützt. Ich muss sagen ich hab die Grafik von Halo 3 gar nicht mehr. Gar nicht so gut in Erinnerung gehabt. Aber das überzeugt ja wirklich. Also ich bin hin und weg. Die sieht ja wirklich richtig klasse aus. Leute es war eins der ersten Xbox 360 Spiele ne. Das ist ewig her, ja. Und das ist wirklich eine tolle Grafik. So. Was haben wir denn hier Feines? Immer wenn ihr einen abgestürzten Pelican seht. Opfert ein wenig. Oh Gott. Opfert ein wenig Zeit. Oh Mann. Oh Gott. Oh nein. Bitte. Komm schon. Komm, komm. Alles abgesichert. Und. Oh, da. Glück gehabt. So, Kumpel. Und Tschüss. Ha. Nicht richtig getroffen, aber vielleicht. Ich glaube, dadurch ist das Fahrzeug... Ist es dadurch noch fahrtüchtig? Ja, ist es. Gibt es doch nicht. Hm. Damit könnten wir gleich... Ne, Moment. Damit kann man gar nicht schießen. Ja, okay. Dann lassen wir es. Oder machen wir jetzt dich platt. Ah, verdammt. So. Noch zwei Raketen. Ich plätte dich. Das schwöre ich dir. Na komm, komm rum. Oh, jetzt fährt er. Wo ist er? Da. Okay, und Feuer. Okay, das hat ein bisschen gesessen. Oh, wie schön. Schöne Sache. Das heißt, es ist noch voll befahrbar. Bevoll befahrbar. Es ist doch keine Straße. Das ist ein Fahrzeug selbst. Das heißt, es ist noch voll funktionstüchtig. Fahrtauglich. Fahrtüchtig. So, mal wieder eine normale vollautomatische Waffe. Ich weiß eigentlich gar nicht den Unterschied zwischen halbautomatisch und vollautomatisch. Keine Ahnung gerade. Halbautomatisch ist... Salven? Ich weiß es nicht so genau. So, Leute. Steigt ein. So, und ihr nehmt euch das andere Fahrzeug. Sind sie schlau genug, um da einzusteigen? Weil sonst müssen sie zu Fuß gehen. Boah, das sieht so cool aus mit dem ODST hier oben auf dem Dach. Was wollt ihr denn? Seid ihr zu blöd? Jetzt, jetzt streckt er da in das Fahrzeug ein. Hä? Ach, da können sich auch noch welche reinsetzen. Wie cool. Ja, das Fahrzeug sieht man ja nie. In Halo Reach gibt es das nicht. In Halo 2 auch nicht. Halo ODST auch nicht. Das gibt es nur in Halo 3. Und auch nur ein paar Mal. Das hatte ich einfach nicht mehr in Erinnerung. Und den da kriegen wir. Leute, plättet ihn und weg. Weg ist er. So. Und. Gleich bist du tot. Ja, bitteschön. So. Von allen Gegnern hier umzingelt. Aber wir meistern die Situation. So. Wen haben wir denn da? Hm? Plättet sie. Oh. Oh, meine Presse. Wir haben einen Marine verloren. Ich glaube, es war wirklich nur ein Marine. Ein ODST hält mehr aus. Das weiß ich. Boah, die sehen so cool aus, die Typen. Hammer. So, Leute. Sleeping Dogs. Er reicht ja allmählich seine letzten Parts. Und ich muss wirklich überlegen, was ich als nächstes jetzt playe. Ich habe da schon eine neue Idee. Aber das werde ich euch in Sleeping Dogs sagen. Und nicht hier in Halo 3. Ja. Damit zwinge ich euch, Sleeping Dogs zu gucken. Nein. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt schon sagen soll. Es ist nämlich noch in der Beta-Phase die Idee. Nee, das... Äh... Mal sehen, ob ich... Sleeping Dogs muss ich noch aufnehmen. Mal sehen, ob ich es da rauskriege. Aber jetzt... Gerade traue ich mich nicht. So. Und das nächste Plateau. Hm-mhm. So. Wo geht's hin? Hier. So. Wen ist das? Oh, verdammt. Oh, scheiße. Ja, eigentlich ist das voll das Scheißfahrzeug. Es ist eigentlich mehr so ein Lastenfahrzeug und kein Kriegsfahrzeug. Also für eine einzelne Person, für irgendwas einzeln Starkes ist es praktisch. Aber das Teil hat ja überhaupt in dem Sinne überhaupt keinen Schadensradius. Wir schießen hier mit ein paar schnellen Laserkugeln und das war's. So. Ich finde es so geil, wie der Master Chief einfach sich kaum bewegt, während er fährt. Also, warum sollte er schon klar? Weil er bewegt sich gar nicht. Selbst wenn Explosionen kommen, er ist da irgendwie immer gleich drin. So. Bitteschön. Ich finde das saugeil, wie Brutes sich wegdrehen. Das... Vor allem, das ist auch eine richtig effektive Drehung, die die machen. Die schmeißen sich, die werfen... Die Brutes müssen ein Verteidigungssystem ausgerüstet haben. Die werfen sich richtig zur Seite. Weil sie das schon mal beobachtet hat. So. Und tschüss. Tschüss. Bye-bye. Jetzt wird hier der Kleinkram niedergemetzelt. So. Die Wächter wollen uns scheinbar nichts Böses, wie es aussieht. Die können uns wohl gut leiden. Die sehen eindeutig, dass die Allianz das Böse ist. Ne? Opus hat fast die Flüge verloren. Aber wir haben hinter dieser Mauer ein Gebäude gesichtet. Es passt zu Kautaras Beschreibung vom Kartenraum auf dem ersten Halo-Regen. Ein Karton-Graf? Gut. Damit könnten wir die Position des Propheten bestimmen. Sichern Sie die Hellzeiten, dann stoßen wir durch die Mauer. Roger. Folgen Sie meinem Pelikatschi. Zu LZ geht's Nala. Oh, Miranda hat gar nicht so schnell gesprochen wie so eine Irre. Ordentliche kleine Mistkehle. Ich weiß nicht, aber... Entschuldige, gehst du da mal raus? Ist ja wohl lächerlich. So. Meine beiden ODSTs. Ach ja. Die sehen so cool aus, ey. Ich hätte am liebsten so eine Rüstung. Einfach, um die in mein Zimmer zu stellen. Und ab und zu anzuziehen. Wenn mir langweilig ist. Wenn ich gerade in Halo-Euphorie mich befinde. In Halo-Ekstase. So. Die Jäger wollen scheinbar auch in die Richtung. Und da haben wir schon den nächsten Gegner. Und... Ach, jetzt schießt doch. Scheiße, scheiße. Mach den Platz. Mach den Platz. Mach den Platz. Puh. Noch ist die Gefahr nicht gebannt. Und jetzt aber. So. Ja. Vorhin. Boah. Das Orchester, ey. Ähm. Vorhin wurde die Forward Unto Dawn erwähnt. Das ist ein riesiges Schiff der Menschen. Ja, ähm. Vergleichbar mit der Pillow of Autumn. So eine Scheiße. Wisst ihr, da fahre ich einfach eiskalt in so ein Gebiet rein und lasse mich killen. Das hätte man wirklich vermeiden können. Boah, Scheiße. Weg hier. Verdammt. Oh, jetzt habe ich meinen ODS-T förmlich getötet. Damit habe ich ihn umgebracht. Damit habe ich ihn umgebracht. Aber ich weiß gerade nicht, wie in die Lage ist. So. Verdammt. Gibt der ODS-T noch? Ne, der ist tot. Das war's. Du kleine Bratze. Und tschüss. Scheiße. Na. Ja, ähm. Ich habe gemerkt. Oh Gott. Ach, verdammt. Ich wollte eigentlich, äh. Andere Granaten auswählen. So, jetzt aber. Komm, komm. Ich. Ach, ich traue mich nicht zu werfen. Aber da. Oh, geil. Und Schiss. Bitteschön. So. Na, kommt. Schwer gepanzerte Allianz. Ach, okay. Da sitzen welche von uns drin, glaube ich. Ja. Ja, genau. Ist ein Marine aber nur. Such dir ein Ziel. Ist das der Sanji? Ich weiß es gar nicht. Ähm, wie ich... Ich hab... Es ist endlich vorbei. Ja Leute, ich hab gemerkt, dass ihr irgendwie auf die Let's Battle steht bei Halo Reach. Die sind echt beliebt. Also das werde ich wirklich fortführen. Da werde ich heute einfach mal in Let's Battle 3 rausbringen. Also Let's Battle Ausgabe 3. Let's Battle Halo Reach Ausgabe 3. So. Brillant eingesetzt, oder? Brillant eingesetzt. Naja. So extrem strategisch war es jetzt nicht. War ein netter Schutz, sagen wir es so. So. Bitteschön. An die Pfote. Es ist so lächerlich, wie man Boots hier fertig machen kann. Es ist so lächerlich einfach. So, der Waze. Ausweichen. Was machen wir, Leute? Ja, schön. Weg hier. Weg hier, weg hier, weg hier. So. Was machen wir mit dir, Kumpel? Du? Dich plätten? Warum nicht? So, dich kriege ich. Mal vorher ein bisschen aufräumen. Genau das Teil brauchen wir. Schön geworfen, meine letzte Granate. Verdammt. Ich bin aber auch so blöd. Wieso ignoriere ich den Waze? Als hätte der mir den Rücken zugekehrt. So ein Scheiß, ey. Mann. Erstmal den ausschalten. Das ist ganz wichtig. So. Oh, Dreckskerl. So, jetzt mal den Schützen hier wegkloppen. Und tschüss. Auf Wiedersehen. Ich muss sagen, die Grafik, die überzeugt mich wirklich. Die hat was. Sehr schön. Sehr schön. Oh Gott, das Orchester. Das macht mich fertig. Ich bin so nervös. Oh. Okay, wir haben gerade einen Marine verloren. Aber dich kriege ich, Kumpel. So. Oh. Verdammt. Oh. Mistkerl. Verdrückt. Verdammt. So. Und jetzt versuche ich mal... Ja, ähm... In Halo Reach ist es so, dass man durch Schlagen den Fahrer rauskloppen kann. Und das Fahrzeug bleibt erhalten. Aber ich glaube, hier geht das auch. Aber man muss langsam... Ich glaube, man darf nicht so schnell schlagen. Also, man darf irgendwie nur zweimal schlagen. Das wollte ich damit sagen. So. Ah, Mann. Schnell weg hier. Ähm. Oh, Mann. Ich war schon wieder zu gierig. Oh, Scheiße. Was war das denn jetzt? Oh, Mann. Ach. Ähm. Ja. Ähm. Mich kriegst du nicht, Kumpel. Mich kriegst du nicht. So. Schieß ruhig. Mir macht das nichts aus. Dich kriege ich. Ähm. So. Ohu. Wow. Okay, okay, okay. So. Du kennst das Prozedere. Und... ganz vorsichtig. Nee. Geht nicht. Geht nicht, Leute. Schade. 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 Dann eben nett. Dann akzeptiere ich das. So wie es ist. So. Du bist heute dran, Kumpel. Und tschüss. Auf Wiedersehen. Und da haut er ab. Ach. Warte. Ach. Verdammt. No. Da ist auch ein Gegner. Okay. Wie gehe ich da am besten jetzt ran? Ach Gott. Ach Gott. Ach Leute. Leute. Scheiße. 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 Dich kriege ich. Dich kriege ich. So. Das war's. Und... Oh. Ah. Daher kam der Granatenschuss auf. Scheiße. So. Ach. Verdammt. Und... Dich mach ich glatt. Dich mach ich glatt. Oh. Gott sei Dank. Leute. Das war jetzt richtig Glück. Und da hat sich... Gleich einer perfekt positioniert. Um dran zu stehen. Und... Auf Wiedersehen. Und jetzt... Scheiße. Geh doch da weg. Jetzt... Ach so. Okay. Ja. Komisch. Ab und zu. Ab und zu löst der Master Schiff sich von selbst bei diesen Nahkampfaktionen. Wartet. Dich kriege ich. Dich. Ja. Perfekt. Ab und zu löst er sich selbst nach dieser Nahkampfaktion. Und hier bleibt er auf einmal hängen. Keine Ahnung wieso. Keine Ahnung wieso. So. Und Tschüss. Und... Den mach ich durch kontinuierliches Schießen zugrunde. Richte ich zugrunde. So. Genieße es. Und gleich müsste es vorbei sein. Gleich. Okay. Dann machen wir es eben mit Granaten. Tschüss. Hä? So. Scheiße. 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 Tötet ihn. Huuu. Huuu. Huh. Roger. Setze zur Landung an. Oh. Jetzt wird die Forward onto Dawn gelandet. Ja. Erstmal das Ding. Aber die... Schaut mal. Ganz da oben. Da kommt sie. Ist die Dawn auf die Atmosphäre eingestellt? Das werden wir wohl herausfinden. In Deckung. So. Wo ist sie denn? Wo bleibt sie? Ein riesiger Schatten. Und... Da ist sie. Ein riesiges Raumschiff. Boah. Ein riesiges Teil. Ja. Es gibt ja sogar eine Serie darüber. Jetzt kriegen wir richtig Unterstützung. Das ist eine riesen Armee. Boah. Und... Ich werde mein Bestes tun. Auch wenn ich mich in dieser Anlage nicht auskenne. Sie hat so gut. Sie haben die Lady gehört. Miranda hat schon wieder so schnell gelabert. So. Liebe Freunde. Ja. Boah. Was für eine Armee. Was für eine Armee. Seht euch das an. Aufsitzen. Ab geht's. Hoho. Alter Schwede. So Leute. Und das machen wir in Part 7 weiter. Und ich würde sagen. Macht's gut. Und... Was für eine Armee. Und das machen wir in Part 7. Und das machen wir in Part 8. Vielen Dank.